Christoph Speicher, erst noch die riesige Freude vom Meistertitel und jetzt heute die Hiobs-Botschaft, der Fabio Lustenberger hat sich schwer verletzt. Was ist genau passiert? Ja, es ist beim Einlaufen passiert. Mit einem kleinen Sprung über die Hürden hat es ihm einen Schlag gegeben im Bereich der Achillessehne. Die Achillessehne ist gerissen und das zeigt wirklich wie brutal das Leben sein kann. Freude und Leid liegen sehr, sehr nahe zusammen. Wir sind natürlich alle schwer getroffen und sind unsere Gedanken beim Fabian. Wir werden uns darauf konzentrieren, ihn so gut wie möglich zu begleiten und werden ihn maximal in den nächsten Wochen und Monaten unterstützen. Du warst jetzt auch schon bei ihm. Wie geht es ihm im Moment gerade? Das ist natürlich eine brutale Enttäuschung. Er ist extrem niedergeschlagen, aber wir wissen alle, was für herausragende Eigenschaften er als Mensch mitbringt. Er ist ein Kämpfer, der schon verschiedene Rückschläge hat. Er wird auch diesen wegstecken. Da sind wir 100%ig überzeugt. Aber im ersten Moment ist natürlich eine grosse Leere und eine grosse Enttäuschung da. Kann man schon irgendetwas sagen, wie es weitergeht, wie lange es etwa geht? Ja, es wird wahrscheinlich schon bis irgendwann Ende Jahr gehen. Es wird eine Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten wahrscheinlich sein, die realistisch ist. Aber für uns ist es eigentlich auch gleich, ob es einen Monat länger oder weniger lang ist. Für uns zählt einzig und allein, dass der Fabian wieder 100% auf den Platz zurückkommt, dass unser Käpt'n wieder die Werte von YB verteidigen kann und wieder vorangehen kann. Und da werden wir uns alle diese Energie darin setzen und er auf jeden Fall auch. Sicher auch für die Mannschaft ein riesen Schock gewesen. Gleichzeitig ist es das nächste Spiel. Mongeau vor der Tür. Wie geht es dem Team? Es war natürlich auch ein Schock, weil es im Training passiert. Es ist eine Verletzung im Training passiert. Es bekommt die Mannschaft hautnah rüber und trifft es natürlich schwer. Aber ich bin überzeugt, dass die Mannschaft für ihren Käpt'n die Werte, die er jeden Tag vorgelebt hat in den letzten knapp zwei Jahren, sich alles daran setzen, die Werte weiter auf den Platz zu bringen und natürlich auch für ihn super Leistungen zu bringen. Danke, Christoph Schweicher für diese Informationen. Danke.